Genau, ja. Und ich musste alle meine Kunden mit einbringen und somit war ich gezwungen, zwei Jahre komplett mit einer Bezugreißung zu wohnen in der Schule. Das müssen wir gleich nochmal klar kriegen. Also in Hessen werden nicht alle Noten mit ins Abitur gerechnet, in Sachsen-Anhalt aber schon. Genau. Winfried Borchardt ist Elternvertreter aus Sachsen-Anhalt und er hat unter anderem wegen der Probleme, die Laura Wöttcher uns gerade geschildert hat, die Initiative Faires Abitur gegründet. Ich müsste eben. Hallo, Herr Borchardt, vielleicht können wir uns nochmal ganz kurz skizzieren, wie sie um Gerechtigkeiten beim Abitur, die sie nennen, aus der Sicht, wie die sie da sind. Dazu muss man vielleicht natürlich einen ganzen Überblick verschaffen über die einzelnen Bundesländer und es ist so, dass, wie Sie schon gesagt haben, jedes Bundesland unterschiedliche Anforderungen hat, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Und jedes Bundesland hat seinen eigenen Rechnungsschlüssel für die Ermittlung der Abitur oder Anwendung. Also etwas, was...